Für die Kamera, okay? Bleib einfach konzentriert. Denk an Butter, zum Beispiel Butter. Denk auf jeden Fall an Drucker. Der Butter hat Fett. War gespeinig. Und du, du denkst jetzt an Sahne. Lecker. Sahne. Schlag Sahne. Fast. Voll gut. Komm, mach. Was? Habt ihr nicht verstanden? Weil am Anfang musste man Sahne denken. Und dann war es echt Sahne. Was?